Was ist der E-Falzett? Was ist der E-Falzett? Komm, E-Falzett! Komm, E-Falzett! 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 Nein, es kommt nichts zurück, es kommt ganz in die Waffe, der E-Falzett hat, und unser Goal ist da! Patentzisch, da muss es noch stehen! Kein Dauersack, kein Dauersack, kein Dauersack! E-Falzett! Ok, let's go! Ja, wir sind in Handy Allmant wieder live, dabei im E-Falzett-Team, Alles bei Malten, alle Mann an Deck, da muss es vorwärts gehen. Ja, die Ereignisse überhäufen sich genau so! Genau so! Wir spielen ja eins okay und nicht Wasserball verlieren verboten! Ja, es ist ja bärenstorch ein EVZ! Du Zabi, da bin ich gleich dabei! Da bin ich gleich dabei! Das ist der EVZ! Das ist ja unser EVZ! Das ist der EVZ! Hup! E-Bowtzen! Hup! E-Bowtzen! E-Bowtzen! Undaube! Er muss krepp hier!